Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra. Ja, da sind wir auch endlich wieder zurück hier in dieser schönen Welt, die nicht ganz so schön ist leider. Ihr versteht das ja von selber, aber immerhin haben wir jetzt den Code gefunden für Sektion C, wo wir dann jetzt mal hinmarschieren wollen. Und ich als alter Spaziergänger finde hoffentlich den richtigen Weg. Da vorne geht's lang. Juckt's mich direkt wieder an der Nase. Immer wenn ich Penumbra spiele, also nicht immer, aber andauernd, muss ich sagen, juckt's mich plötzlich an der Nase. Das ist meine alte Spürnase wahrscheinlich. Ich kriege immer so ein Kribbeln hier, hier so ein kleines Kribbeln. So, ich kletter jetzt mal hier runter. Sektion C, wo wir so lange nicht reinkommen konnten. Und jetzt muss ich noch mal schauen gerade, denn ich beginne hier gerade auch eine neue Sektion, weil ich beim letzten Mal ja völlig im Arsch war. 1371 ist der Code. 1371. Hereinspaziert in Sektion C. Oh oh. Ach, das sieht ja... Dreck mal ein Hund. Ich hab's schon gehört. Was ist das hier? Eine Art Sammelbehälter? Sehr schön. Oder auch nicht... Ach. Nein, 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 ein kleiner Hund. Ah. Boah, hab ich mir geschickt. Zur Hölle. Fick dich. Nein, die Tür ist blockiert. Ach du Scheiße. Alter. Hängt der da auf einmal vor meiner Nase? Spitzhacke. Ah. Scheiße. Ah. Fuck, hat der mich erschreckt. Alter, ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Ohne Scheiß. Ich stand da halt im Licht, deswegen konnte er mich sehen. Komm, nimm die Spitzhacke. Hau dem Vieh direkt auf den Deckel hier. Boah. Ranschleichen und... Mein Ohr wird langsam unangenehm. Aber sehr weit kannst du nicht sein. Ich bin hinter einer Steinbauer im Nordosten der Liene eingekerkert. Wie in jedem Drama gibt es viele Rollen zu spielen. Du musst den Tränke mischenden Wissenschaftler mimen und den Abtrünnigen der Akte der Zerstörung planen. Auf der Suche nach den Werkzeugen, mit deren Hilfe du mich befreien wirst, stößt du eventuell auf den Ort meines letzten Mals. Sei vorsichtig, denn die glänzende Wasseroberfläche ist nicht so fest, wie sie aussieht. Der arme Red wurde fast von ihr verschluckt. Die zwei törichten Männer, die in meinen Bereich gestürzt sind, sind längst fort, aber nicht dorthin, woher sie kamen. Es gab damals reichlich Zweibeinerfleisch, aber Red versichert dir, dass der Schmaus erst begann, als die Männer stechend zu riechen begonnen hatten. Der Gestank des Lebens vergangen war und nur der süße Verwesungsduft blieb. Köstlich. Der süße Geruch von Verwesung. Ach du Scheiße, da ist schon der nächste Hund. Ich weiß gar nicht, wo ich langen muss. Vielleicht gehen wir erstmal zu diesem Flüsschen hier. Oder zum Lake. Vielmehr ist ja ein See. Scheiße. Einmal kurz leuchten. Wo sind wir hier? Da vorne. Viele Wege führen da eh nicht lang. Also müssen wir hier lang gehen, quasi. Da führt kein Weg drumherum. Okay, das ist der nächste Hund. Den will ich jetzt mal außen vor lassen. Zumindest soweit das möglich ist. Aber es kann natürlich sein, dass er mich wieder beißen will. Unser hundischer Freund. Rolf der Wolf. Ui, 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 ui. Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Ist da eine... Ne, es sah aus wie eine Notiz, aber... Wieder eine Art Sammelbehälter. Der müsste da vorne irgendwo sein. Dann muss ich wahrscheinlich hier rechts. Oh, oh. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Muss ich nicht wieder einen Herzinfahr kriegen. Ah, und hier können wir die theoretisch auch... abbrennen lassen, die Hunde. Haben wir hier auch noch irgendwas, was wichtiges? Ein Werkzeugkasten. Oh. Ist sowas drin? Ich meine, es war sehr, sehr unauffällig. War sehr leise, natürlich. Okay, und hier gibt es so diesen See. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Utu, bla, 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 bla. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Auf jeden Fall den Hammer. Ach, du heiliger. Die Oberfläche sieht nicht so fest aus, wie es zunächst den Anschein hat, sagte er. Ein alter Verschlag. Wer weiß, wie alt der ist oder wer ihn als letztes genutzt hat. Man hört das auch schon am Knacken so. Ein altes Artefakt. Kennen wir bereits, diese alten Artefakte. Ähm. Hallo? Irgendwie hat es gerade gehakt. Jedes Mal, wenn ich eines dieser Dinger benutze, fühlt es sich an, als ob das Artefakt mit Besuchern füllt. Bla, bla, bla. Haben wir alles schon mal gehört. Ist ja nichts Neues. Und meine alte juckende Spürnase. Hm, ja, die, äh, sagt, wir müssen hier über den See kommen. Das Problem ist, Red hat uns gewarnt. Es sieht nicht ganz so fest aus, wie es zunächst den Anschein hat. Können wir uns hier aus dem Verschlag. Ist mal ganz blöd gefragt. Ey, geil, das klappt tatsächlich. Warte mal. Na, das ist doch genial. Einfach eine Brücke bauen. Hält das? Hält das? Voll geil. Kann man jetzt echt eine Riesenbrücke bauen auf kurz oder lang, oder? Wie weit ist denn das da über den See? Ich mein... Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Mann, aber das ist ja geil. Also, wenigstens haben wir mal eine Lösung auf Anhieb gekriegt hier. Das muss ich mir aber auch hier mal sagen lassen. Oh, scheiße, 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 scheiße. Nein. Ja, ich weiß, das passiert, wenn man einmal stolz ist auf das, was man getan hat. Ach du Scheiße, Alter, bin ich da voll mit Eis eingebrochen. Okay. Wir dürfen da nicht so lange stehen bleiben und ich darf auf keinen Fall daneben greifen. Sonst bricht hier gleich das halbe Areal ein. Ach, mich ändern hier die ganze Zeit Leute zu ihrer Freundesliste. Das lohnt sich nicht, denn bei Steam nehme ich keinen an. Gerade damit sowas nicht passiert eigentlich. Liebe Freunde, denn sonst werde ich ja die ganze Zeit angeschrieben hier bei Steam und das ist auch nicht so geil. Haters? Kann man denn auf Steam bleiben? Kann man, ne? Oh oh. Oh oh. Das macht mir irgendwie zu schaffen gerade hier. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es nicht so geil jetzt hier hält alles. Dann muss ich die alten wieder mitnehmen oder was? Weil so viele Beschläge sind es jetzt nicht. Weil mir die Bretter da rausgebrochen sind. Ich sehe nichts, sehe nichts. Ist auch super geil. Aber das geht wenigstens. Das geht, das funktioniert, das müsste klappen. Das kann sich nur um Stunden handeln, bis ich da irgendwie rübergekommen bin. Das ist halt das Einzige. Für so eine Aktion ist der See halt, glaube ich, nicht ausgerichtet. Okay, komm. Machen wir es mit zwei. Sonst brauchen wir hier wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit. Zack. Ich habe voll Angst. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass dieser blöde See gleich zusammenbrechen wird. Und das will ich natürlich tunlichst verhindern. Ach du Scheiße. So, hier. Und zack und zack. Jetzt muss man das natürlich wieder mitnehmen, das Brett. Aber mit zwei Brettern geht es natürlich deutlich schneller, als wenn ich jetzt versuche, hier eine Riesenbrücke zu bauen. Das ist natürlich aber auch die Frage, wo muss ich hier hin zum Teufel? Da auf diese Insel, oder was? Was ist das da hinten? Bretter einfach nur? Scheiße. Komm, ich gehe mal auf die Große. Da vorne. Ja, sehr schön. Okay, und jetzt fallen lassen das Teil. Wunderbar. Das legen wir hier hin. Ah. Nicht zu lange drauf bleiben. Puh. Ich glaube, die halten nicht ewig. Willst du aber auch nicht ausprobieren? Ein bisschen näher kannst du schon noch... Hilfe! Zur Hilfe! Hilfe, zur Hilfe! Aha. Was haben wir denn da Schönes? Das ist doch eine Hand. Alter. Das war also einer dieser letzten Typen, wahrscheinlich, die da in diesen See eingebrochen sind. So, jetzt ist die Frage, kann ich hier drauf stehen bleiben? Ich muss ja irgendwie. Sieh, sechs. Können wir das Brecheisen nehmen? Sonst nehmen wir die... Habe ich mir fast gedacht. Wie ekelhaft. Einfach mal die eingefrorene Hand abgesägt. Aber jetzt haben wir ein Brecheisen. War das jetzt alles? Können wir die Hand auch noch nehmen? Juhu! Da steckt dann wahrscheinlich irgendwo ein Körper drin. Aber der See scheint zu tauen. Dieser unterirdische See. Moment, hier sind so Luftschächte. Zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, wäre das wohl ein der hübsches Naturschauspiel. Momentan verursacht der Anblick aber eine Gänsehaut bei mir. Oh ja. Zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, dann wäre es aber nicht dieser See. Aber zu einer anderen Zeit stimme ich ihm zu. Okay, ich glaube... Müssen wir jetzt nur diese blöde Brechstange hier finden, oder was ist los? Ich bin ein bisschen verunsichert. Ist da hinten noch irgendwas? Ich kann jetzt auch nicht so lange da, glaube ich, stehen bleiben auf diesen Brädern. Ich bin mir nicht sicher, Freunde da draußen. Freunde des Horrorschauspiels bei Let's Play Penumbra mit dem Sarraza, dem alten Ampelmann. Alter. Ich will, ich will... Ja, genau. Ich will das greifen. So. Und jetzt hier rüber mit dir. Und jetzt gucken wir uns da noch kurz mal um. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas übersehe und nachher voll von euch auf den Sack kriege, weil der Sarraza wieder irgendwas nicht gefunden hat. Was ja durchaus mal vorkommt, also schon vorgekommen ist, da munkelt man sogar. Äh, munkelt man aber nur, ist natürlich nie passiert. Ich weiß ja sonst immer jedes Rätsel direkt auf Anhieb, weil ich ja der beste Pro-Gamer der Welt bin. Aber das Spiel ist ja auch nichts für kleine Kinder, das ist ja wirklich eher so ein bisschen horrormäßig. Kann man ja, glaube ich, so stehen lassen. Und ich habe euch ja in der letzten Folge quasi einen Herzinfarkt verabreicht, zumindest einigen von euch. Habt ihr euch so erschreckt, wie ich mich gerade eben bei dem Hund? So, ich speichere nochmal eben ab. Falls wir abkacken. Ja, das wissen wir alles schon, schon mal gehört. Ich hoffe, ich hoffe und bete dafür, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Aber diese Mine ist natürlich eh noch riesig. Ist hier noch irgendwas? Alter, was ist das denn da? Na endlich mal etwas, das jünger ist als ich. Vielleicht hilft mir dieser Rucksack herauszufinden, was hier unten vor sich geht. Naja, nicht völlig nutzlos. Ein altes Leuchtsignal und einige Schmerzmittel kann ich sicherlich gebrauchen, okay? Ist eine Notiz. Letzter Wille von Joe Freeman. 10. Oktober 2000. Ich, Joe Freeman, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, vermache hiermit all meine Besitztümer meiner Schwester May. Möge sie meinen Nachlass nach bestem Wissen und Gewissen verwalten. Es ist besser, jung zu sterben, als niemals richtig gelebt zu haben, sagten wir uns früher immer. Nun sieht es wohl so aus, als ob ich diese, als ob ich unsere Devise bewahrheitet. Also ob sich eine bla bla bla. Okay, wer das lesen will. Pauserücken für Seite 2, Pauserücken für Seite 3 und Pauserücken für Seite 4. Um die Schmerzen zu ertragen. Eine letzte Dose mit Schmerzmitteln trage ich noch bei mir. Wenn ich die auf einmal schlucke, dann ist in kurzer Zeit aus mit mir. Besser das Ganze schnell beenden, als sich stundenlang zu quellen. Lieber sterbe ich im Dämmerzustand, als bei vollem Bewusstsein zu verbluten oder zu erfrieren. Da habt ihr es gehört. Ja, kann ich aber verstehen, ganz ehrlich. So, ist hier in der Pfund noch was? Also auf jeden Fall ist diese Spitzhacke doch eine ganze Ecke wumsiger, als dieser stinknormale Hammer. Muss mich ja gerade mal ein bisschen gerade setzen, damit man mein Gesicht noch erkennt, meine Visage. Okay, und jetzt können wir hier theoretisch rauskommen. Oh, und haben den Dreh hoffentlich erfolgreich absolviert. Ich weiß es nicht. Ich bete dafür nur. Und da vorne sind wieder Hundis, die auf uns warten. Leute, Leute von heute. Hier ist ein Hebel. Deaktiviert dieses Gas hier. Falls das vielleicht einer in irgendeiner Folge nicht gesehen haben sollte, hier könnten wir theoretisch so einen Hund einsperren. Aber ich frage mich ernsthaft, wie wir die da reinlocken sollen. Vielleicht mit Lockstoff? Nein. Der ist da. Scheiße. Nein. Du Arschloch. Komm schon. Verkackt. Aber kräftig verkackt. Nein. Ich bin so doof. Alter. Nochmal abgeschissen. Der kriegt's jetzt voll auf die Sack, ey. Der kriegt's jetzt so richtig... Du Scheißköter. Komm her. Ich jage dich. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir aber wirklich hier. Wo bist du? Wow. Wow. Da bist du ja. Da bist du ja. Na, reicht das jetzt? Steht immer noch auf. Scheißvieh, ey. Mann, 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 Mann. Boah. Ich hab's überstanden. Die haben diese komische Säge, das Brecheisen viel mehr. Bisschen Schmerzmittel bekommen. Leuchtstoff. Und sind immer noch in dieser Mini hier. Müssen irgendwie rauskommen. Liebe Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play Penumbra. Oh, Gott. Oh. 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 Oh.